Ich habe Lieder geschrieben, bin im Garten gewesen, hab am Teich gesessen und ein bisschen gelesen, mit anderen Musik gemacht und mit Jean-Marie gesungen und unser Französisch hat so schön geklungen. Habe Leute besucht, ein bisschen Haushalt gemacht, mit Tara gespielt, gesungen und gelacht, Noten kopiert und wieder neu geschrieben, Mein Ensemble geleitet, das macht zufrieden. Aber wo, 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 wo ist die Zeit? Wo, 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 wo ist die Zeit nur geblieben? Wie ein Wusch vorbei, wie ein Wusch vorbei, wie ein Wusch vorbei. Wenn die Zeit es erlaubt hat, mal nach Schallbruch gefahren, doch so selten wie nie zuvor, in all den Jahren. Keine Zeit gehabt, immer war was los, aber was, aber was denn bloß? Denn wo, 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 wo ist die Zeit nur geblieben? Wie ein Wusch vorbei, wie ein Wusch vorbei, wie ein Wusch vorbei. Für das neue Jahr hab ich mir vorgenommen, meinen Zeitplan besser in den Griff zu bekommen. Nicht treiben zu lassen, von dem Stress all umher, sondern gelassener zu bleiben, das wünsche ich mir. Keine Zeit, keine Zeit will ich nicht mehr so oft sagen, Sondern bewusster leben, an noch mehr Tagen. Denn wo, 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 wo ist die Zeit? Wo sind die Wochen, Tage und Stunden? Wohin sind sie verschwunden? Gibt es da etwas, was bleibt, für die Ewigkeit? Gibt es da etwas, was bleibt, wo, 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 wo ist die Zeit? Nur geblieben, wie ein Busch vorbei, wie ein Busch vorbei, wie ein Busch vorbei. Wie ein Busch vorbei, wie ein Busch vorbei, wie ein Busch vorbei. Untertitelung des ZDF, 2020